Jo, was geht ab? Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe irgendwie den Hintergrund mal so ein bisschen pink gemacht. Finden wir das cool? Alexa, Esszimmer, blau. Nee. Alexa, Esszimmer, pink. Alexa, Esszimmer, pink. Alexa, Esszimmer, pink. Well done. Wir sind auf jeden Fall heute hier wieder zusammengekommen, um einen neuen G-In-Haul zu drehen. Ja, ich weiß, ihr hattet auch Bock da drauf. Und ich habe natürlich auch Bock da drauf, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt. Ich habe natürlich auch wieder einen Rabattcode für euch, der heißt wieder 1-15. Ich schreibe euch das hier hin. Und ich schreibe euch das natürlich auch mal in die Infobox. Und zwar, wenn ihr ab 29 Euro bestellt, bekommt ihr 10% Rabatt. Und wenn ihr ab 49 Euro bestellt, bekommt ihr 20% Rabatt. Also ihr könnt mit dem Rabattcode tatsächlich ordentlich viel sparen. Ich packe euch natürlich auch die Links von allen Teilen, die ich mir jetzt bestellt habe, in die Infobox. Ich kann sagen, Versand klappt wirklich mittlerweile problemlos und geht auch sehr schnell. Rückversand ist mittlerweile auch kostenlos und geht auch problemlos. Also wirklich, ich kann es in jedem Video nur sagen, She-In macht sich. Wirklich, wirklich. Es gibt immer noch ein paar Teile, die sind nicht ganz so geil. Aber der, aber ich glaube, das sagt man immer. Aber der Großteil wirklich, ich kann mich nicht mehr beklagen. Und deswegen würde ich sagen, warum stehe ich so weit hinten eigentlich? Fangen wir direkt an. Ich habe wieder einige Teile und ich glaube, es wird richtig cool. Und wir gucken mal so Werbung vs. Realität, wie das alles so im Vergleich aussieht. Ich blende euch das ja wieder ein. Und vielleicht habt ihr ja jetzt vor, vor dem Valentinstag noch ein bisschen zu shoppen. Gell? Dann könnt ihr das machen mit meinem Code und ich zeige euch jetzt direkt mal das, was ich hier anhabe. Aber jetzt, das ist, warte mal kurz eher. So, da ist nämlich so ein Blüschen hier. Ich habe nämlich noch meinen Jogger an, Standard. Ich habe auch einen Sport-BH drunter, Standard. Und Kuschelsocken an, Standard. Aber ganz egal, Hauptsache oben, hui und unten, Pfui. Also, das ist das erste Oberteil, was ich mir ausgesucht habe. Ich finde das mega cool. Und ich finde das tatsächlich mit diesem Sport-BH drunter gar nicht so schlimm. Das hat eigentlich lange Ärmel, aber krempel die immer gern hoch, wenn ich hier irgendwas mache. Die sind halt so komplett durchsichtig. Finde ich voll süß. Sind hier so ein bisschen gerafft mit so Pünktchen drauf. Und ich glaube, das war aus der Kategorie neu. Ja, man hat dann halt hier so einen Ausschnitt. Hätte ich jetzt den Sport-BH nicht, würde der Ausschnitt bis hier gehen. Fände ich auch sehr schön. Ist so ein bisschen bauchfrei. Ein bisschen ist bauchfrei. Und ich habe aber gerade hier gesehen, dass hier... Ich weiß nicht, das ist so weiß alles, ne? Warte mal. Dass hier so ein paar Fäden sind. Ich glaube, das kann man abschneiden und dann geht das. Aber so sieht man es eigentlich gar nicht. Aber sowas ist generell oft bei so Sachen, wo überhaupt Fäden sind. Also nicht nur bei Shein, bei allen Shops hatte ich das schon mal. Von daher finde ich das jetzt auch nicht so dramatisch und nicht schlimm. Genau, von hinten sieht es so aus. Also das hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Und das gefällt mir sehr gut. Und dann hatte ich noch einen Teil, das habe ich auch schon mal angezogen. Das kann ich euch auch mal zeigen. Und zwar ist das ein T-Shirt. Hallo, nicht so überbelichtet, bitte. Mit meinem Lieblingsmotiv drauf. Ich gehe fast immer bei Shein erstmal in die Suche und gebe Mond ein. Wirklich fast immer. Und diesmal ist es dieses T-Shirt geworden. Das ist so dunkelblau. Ja, kurze Ärmel mit so einer wunderschönen Mondphase. Das hatte ich wie gesagt schon an, habe ich auch schon gewaschen. Ich liebe das. Schmeiße ich auch mal drüber. Dazu muss ich wirklich sagen, der Stoff ist so unfassbar weich. Der gefällt mir richtig gut. Das hat auch nicht so einen mega engen Ausschnitt, wovon ich immer ein großer Fan bin. Ja, so sieht das aus. Ganz schlicht, ganz plain, aber ich liebe halt diese Mondphasen. Steht unten nochmal drauf. The longest night of the year. Ein bisschen schwer auf den Kopf zu lesen. Das mag ich sehr gerne. Und jetzt machen wir weiter. Die Shein-Sachen kommen nämlich mittlerweile eigentlich, ne, ich wollte gerade sagen alle, aber nicht alle. Ich hoffe, ich gehe einfach aus dem Bild raus und drehe weiter. Kommen eigentlich alle in diesen Tüten, die man auch mega geil wiederverwenden kann, weil wir hier oben so einen Zipper haben. Auch für Reisen zum Beispiel, falls das irgendwann mal wieder möglich ist. Aber einen Teil habe ich jetzt zum Beispiel, was in so einem Zipper kam. Da steht doch irgendwas ganz anderes drauf. Aber sonst sind wirklich alle Teile, die ich hatte, in diesen Beuteln drin. Damit machen wir noch nicht weiter. Das ist noch das Wochenende fürs Ende. Machen wir hiermit weiter. Das ist nämlich auch so ein weißes Oberteil, wie das, was ich eben schon hatte. Auch aus dieser neuen Kategorie, glaube ich. Also diese neuen Sachen. Das fand ich sehr schön, als ich das gesehen habe. Es ist auch wieder bauchfrei, deswegen... Mal sehen. Aber das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Das sieht so aus und ich würde sagen, da hüpfe ich mal rein, ne? So. Ready? Das ist das Oberteil. Ich mag das voll. Also wenn ich mir das jetzt vorstelle mit so einer Jeans, wo das dann hier so reingeht und so aussieht wie ein Body. Voll nice. Das könnte ich hier bestimmt auch noch als Schleife binden, aber ich habe das jetzt so gemacht. Ärmel wieder transparent, aber diesmal mit so einem Blumenmuster. Und das ist halt auch ganz anders, wobei ich glaube, dass das hier, dass da meine Brüste vielleicht ein bisschen zu groß für sind. Wobei, es geht eigentlich. Ja, man sieht jetzt halt hier den Sport-BH durch. Da würde ich da einen anderen weißen BH oder irgendwie so einen Bralette oder so drunter ziehen, weil der ja auch hier oben rauskommt. Aber das Oberteil an sich gefällt mir mega gut. Also die drei ersten Teile sind schon mal... Jetzt habe ich mich einfach schon ausgezogen, obwohl ich noch gar nichts gezeigt habe. Ich habe mir einmal was ganz Basic-mäßiges bestellt und zwar so ein Dreier-Set Tops. Ich würde sagen, da packe ich mal eins aus. Ne, Vierer-Set sogar. Grau, hellblau, rosa und weiß. Das waren aber auch, glaube ich, so ein bisschen bauchfreie Tops. Ja, genau. Aber sowas brauche ich unbedingt mal zum drunter ziehen. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitbestellt. Die sind auch... Die Träger sind größenverstellbar, was ich sehr gut finde. So, ist jetzt natürlich voll blöd über diesem Sport-BH, weil das macht genau dasselbe. Das ist cool. Doch, das gefällt mir. Sehr gut. Und das habe ich jetzt in vier Farben. Ich habe auch mal wieder ein bisschen was bestellt, wo ich auch immer nur nichts mit anzufangen weiß. Okay, ich glaube aber an Oberteilen war es das tatsächlich. Warum rede ich die ganze Zeit, obwohl ihr mich nicht sehen könnt? Ich habe mir etwas bestellt, was very out of my comfort zone ist. So viel dazu. Und zwar ist das eine beige Korthose. Alles Objekte, die nicht zu mir passen. Hose generell, also so Jeans. Ne, ich bin Jogger, Sporthose oder irgendwie ist irgendwas chilliges Hosentyp oder sonst Kleid oder Rock. Ich besitze keine Korthose und ich besitze auch keine hellen Hosen. Und das ist jetzt so eine. Die ist so ein bisschen schwabberberberig, breit und so. Oh Gott, ich kann mir das gar nicht. 0,0 an mir vorstellen. Aber ich sehe das bei so vielen Leuten immer, dass die auch so komplett in so Creme oder Beige sind. Und ich finde es so schön. Aber ja, also die sieht qualitativ, sieht die richtig gut aus. Da kann ich mich gerade absolut gar nicht beschweren. Ich sehe, ob man das hier irgendwie erkennen kann. Die sieht richtig super aus und fühlt sich auch echt gut an. Also, ich habe ja in einem vorherigen oder vorvorherigen Video von Shein, habe ich mir eine schwarze Jeans bestellt. Die ziehe ich auch andauernd an. Die ist echt super. Also ich hätte das niemals gedacht. Okay, ich ziehe die mal kurz an. Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie getragen. Also irgendwie finde ich es ganz, ganz seltsam, weil ich, wie gesagt, echt sowas noch nie anhatte. Aber irgendwie finde ich es auch cool. Ihr könnt mir sehr gerne mal eure Meinung da in die Kommentare schreiben. Ich mag das, dass die so hochgekrempelt ist. Ja, ich habe Kuschelsocken an, wie immer. Aber was sagt ihr dazu? Kann ich sowas anziehen? Also klar kann ich sowas anziehen. Jeder kann anziehen, was er will. Aber mich würde da wirklich eure Meinung zu interessieren, ob ihr das an meiner Stelle tragen würdet. Schlecht finde ich es nicht, aber ich fühle mich ganz, ganz, ganz anders. Das ist so seltsam. Wir bleiben bei seltsam. Ich habe gerade keinen Bock, die Kamera zu verstellen. Wobei, doch muss ich eigentlich. Und zwar hatte Nancy mich angefixt mit so einem, so einem, wie heißt denn das? So ein Set. So ein 2 in 1, so ein Blazer mit Hose. Äh. Ich. Ihr wisst, wie ich sonst drum laufe. Aber ich habe mir auch mal sowas bestellt. Auf Shein. Und zwar in Schwarz-Weiß. Da gab es ganz viele verschiedene Varianten. Das hier ist die Hose. Aber die kann ich mir schon mal geil vorstellen, weil die ist wie eine Jogginghose. Mega nice. Muster mag ich. So. Und dann der Blazer dazu. Ist der. Der sieht auch mega chillig aus. Ich hüpfe da einfach mal rein, wisst ihr? Boah, das ist, dieses Video ist very out of my comfort zone. Wirklich. Okay, also ich glaube, die Frau auf dem Bild hat das auch so getragen mit so einem weißen, bauchfreien Top. Also ich bin nicht so, äh, anti, wie ich dachte, dass ich sein werde. Ich finde das irgendwie ganz nice. Es fühlt sich super chillig an. Das ist halt, als hätte ich einen Jogger an. Wirklich. Der Sport-BH ist sowieso chillig. Das ist chillig. Das ist chillig. Aber könnte ich so schick rausgehen? Oder sieht das nicht schick aus? Oh Gott. Es ist halt, ich habe halt wirklich sehr stämmige Beine, ne? Und da denke ich mir so, wenn ich in den Spiegel gucke, wow, das Muster macht das jetzt nicht gerade weniger. Aber das hier mit der Jacke, das gefällt mir irgendwie gut. Ich finde die, die steht mir. Boah, ich bin so gespannt auf eure Meinungen. Oh Gott, das sind so Produkte, wo ich mir so denke, what? Aber jetzt würde ich sagen, machen wir mal mit was weiter, was nicht out of my comfort zone ist, was wirklich Vanessa schreit. Seid ihr bereit? Und da sind zwei Sachen. Der ist zum einen ein Schlafanzug. Das ist die Hose. Da sind kleine, süße, grinsende Pizza-Stückchen drauf. Und der Oberteil ist weiß. Und sieht so aus. Und ich bin halt die absolute Schlafanzug-Queen. Da kann ich halt meine Feelings voll ausleben. Deswegen, Pizza is life. Schmeiße ich mich da mal ein, gell? Ich liebe es. Das gab es, glaube ich, auch noch mit Fries und mit Donuts, so in rosa. Oh mein Gott, ich finde es geil. Würde ich direkt anlassen. Und vor allem, letztes Video hatte ich so einen Schlafanzug von Shein mit Leo. Leo-Hose und schwarzes T-Shirt mit hier einem Leo-Herz. Das ist mein absoluter Lieblingsschlafanzug. Vor allem, weil der auch so super bequem ist. Die Hose ist so weich. Es ist schön weit. Es ist nirgends eng. Mein absoluter Lieblingsschlafanzug schlafe ich auch aktuell mit. Und der? Ja, und apropos Leo, kommen wir zu was anderem. Was definitiv auch zu 100% Jo Nessa schreit. Und zwar, Leo. Es ist eigentlich die ähnliche Hose wie bei meinem Schlafanzug. Nur anderer Stoff. Also halt nicht so ein Schlafanzugsstoff, sondern, boah, keine Ahnung, so ein anderer halt. Und das Oberteil, also das ist halt so ein Chill-Outfit, ne? So ein Jogger. Das Oberteil. Oh, hier sind ja so Bänder. Hä? Ach, das ist die Kapuze. Oh wow, ich bin dumm. Alles klar. Das Oberteil ist so. Geil oder geil? Geil. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass der Pulli so lang ist. Ich könnte den so fast als Kleid tragen. Boah, aber geil. Ich muss da in meinen Spiegel gucken. Mehr wundert euch nicht. Also darin würde ich zu ne Million Prozent chillen. Könnte auch die Kapuze aufsetzen. Seht ihr da so? Ja. Ja. Und zuziehen. Nein, dann schmisch ich mit Make-up. Geil. Absolut geil. Ich weiß, viele stehen nicht auf Leo. Ich auch nicht. Nee, gar nicht. Ich voll. Ich liebe Leo. Mittlerweile. Geil. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen schicker werden. Denn wir haben ja nur dieses eine Produkt. Und das ist ein Kleid, wo ich mir schon dachte, das kann nicht gut aussehen, wenn es ankommt. Das muss billig und scheiße aussehen. Das ist auch nicht von Cheat Indirekt. Hier ist nämlich auch so ein Etikett dran und so. Das ist anders. Miss Ort. So sieht das aus. Und ich muss aber sagen, ich finde es irgendwie gar nicht so schlimm, wie ich erwartet habe. Ich schlüpfe da einfach mal rein, oder? Und dann gucken wir mal. Nee, ich bin alleine und ich kriege das nicht zu hinten. Das muss noch bis hier oben. So gelenkig bin ich nicht. Okay, wir müssen einfach so tun, als wäre es zu. Okay, jetzt rutscht das hier natürlich voll. Scheiße, warum habe ich es überhaupt drauf gemacht? Aber ich glaube, dann hätte ich es auch gar nicht angezogen bekommen. Okay, es ist hier ein bisschen eng. Ich habe halt dicke Lippe in den Armen, aber... Was willst du machen? Aber ich finde es gar nicht so kacke. Hier ist es auch ein bisschen eng. Aber jetzt mit so einem schönen BH drunter. Ja, kurz ist es auch. Mit Kuschelrocken vor allem. Oh, was sieht man hier? Cool. Ich finde es gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe. Also es ist jetzt nicht das Nonplusultra, ne? Aber... Geil. Machen wir weiter. Das ist Yonesa. Das ist ein dreiteiliges Chillset. Warte, seid ihr bereit? Dreiteilig. Also das ist der Shit. Hier ist noch so ein Band dabei. Was könnte ich mir so drum wickeln? Ich habe noch nicht diese Schlaufen gefunden. Weiß nicht, ob die da dran sind. Das ist auf jeden Fall so ein Outfit, das muss einmal gewaschen werden, weil das fusselt jetzt schon die ganze Bude voll. Aber danach dürfte sich das in Grenzen halten. Ey, aber Leute, wie geil ist das bitte? Wie geil. Das ist einfach so ein BH, so eine Rose und so ein Cardigan oder Bartemantel fast schon her. In Plüsch, in rosa, zum Chillen mit dem siebten Himmel. Wie geil ist das bitte? Wow. Wow. Und das war tatsächlich auch schon mein letztes Produkt. Also ich würde sagen, dieser She-In-Haul war mehr als top. Ich hatte nicht ein einziges Flop-Produkt dabei, nichts. Sogar das Kleid, wo ich mir so dachte, boah, das bestelle ich jetzt und das wird eh nichts, ist gut. Nicht top, aber gut. Und der Rest ist mega. Warum habe ich mich denn auch schon wieder gekratzt? Ey, Manni. Also ich finde es geil. Hiermit werde ich zu einem Millionen Prozent chillen. Ich weiß, man merkt, ich stehe auf Chill-Sachen. Aber ich habe mir ein paar schicke Sachen bestellt und ein paar Out-of-my-Comfort-Zone-Sachen. Also, keine Vorwürfe bitte. Schreibt mir mal, was ihr als letztes bei She-In bestellt habt oder was ihr da jetzt bestellen wollt. Checkt auf jeden Fall die Infobox ab für meine Links und für den Rabatt-Code, beziehungsweise ja doch den Rabatt-Code für entweder oder. Und dann sehen wir uns hoffentlich in meinem nächsten Video. Ich teste jetzt auch bald nämlich noch einen anderen, so einen China-Online-Shop. Mal gucken, ob der mithalten kann oder ob der ganz grausig wird. Ja, das war es von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis beim nächsten Video.